Wie Sie sicher wissen, gibt es YouTube-Kanäle wie Sand am Meer, die sagen, kauf diese Aktie, weil aus diesem Grund und so weiter und so fort. Das habe ich nie gemacht. Ich verstehe mich eher als Konist der Finanzmärkte, denn irgendwie als jemand, der Investment-Tipps gibt, warum auch, wie auch. Jeder hat komplett eigene Anforderungen, eigene Möglichkeiten, eigene Zeitperspektiven. Was soll ich da grundsätzlich etwas empfehlen, was auf den einen passt, auf den anderen nicht passt, habe ich auch nie als mein Selbstverständnis gesehen, das tun zu wollen. Jedenfalls bin ich da normalerweise sehr zurückhaltend. In diesem Video will ich Ihnen aber eine strategische Überlegung an die Hand geben. Und die geht so, wenn wir schon jetzt in einem neuen Zeitalter der Inflation leben, nach Jahrzehnten von Deflation, die durch die Globalisierung bedingt war. Arbeitskräfte, Jobs wurden ausgelagert, woanders wurde günstiger produziert. Das Zeug wurde dann zeitnah geliefert, wenn wir es hier gebraucht haben. All diese Zeiten sind vorbei. Wir erleben eine De-Globalisierung. Wir erleben, wie wir jetzt in ein inflationäres Jahrzehnt wahrscheinlich reinkommen mit dauerhaft hohen Preisen, vor allem für Energie. Und das hat bestimmte Konsequenzen. Was sollte man da jetzt tun? Was könnte man tun? Ich will Ihnen diese strategische Überlegung schlichtweg mal an die Hand geben. Und die stammt gar nicht von mir, sondern die stammt von Andreas Denor Larsen. Sei long in Sachen, die die Menschen wirklich brauchen und tue das Gegenteil bei Sachen, die die Menschen nicht wirklich brauchen. Wir haben gestern schon gesehen, die Netflix-Zahlen, dass offenkundig die Leute sagen, wenn sie unter Kostendruck durch die Inflation stehen, naja, Netflix, darauf kann ich verzichten. Auf Essen, Trinken und andere Grundbedürfnisse kann ich nicht verzichten. Also kündige ich mal mein Netflix-Abo. Das haben wir letztlich in diesen Zahlen als Andeutung gesehen. Und das bedeutet, dass die Leute schon anfangen, aufgrund des Preisdrucks, dem sie ausgesetzt sind, da zu sparen, wo man sparen kann. Und das sind eben solche Sachen wie Netflix, das sind die sogenannten Consumer Discretionary. Also Dinge, die man kaufen kann, aber nicht zwingend kaufen muss. Während es auf der anderen Seite Dinge gibt, die man regelmäßig kaufen muss, wie etwa Klopapier. Das sind die sogenannten Consumer Staples. Und wir sehen, dass es hier durchaus jetzt eine immer größere Lücke gibt zwischen diesen Consumer Staples, also diesen sehr defensiven Grundbedürfnissen oder Unternehmen, die meistens sehr langweilig sind, weil sie Dinge herstellen, die für die Grundbedürfnisse der Menschen wichtig sind. Während andere wie Tesla zu dem Bereich Consumer Discretionary gehören, die also sexy sind, die in irgendeiner Form Wünsche, Träume wahrmachen sollen etc. Hier sehen wir, wie derzeit jedenfalls Consumer Staples besser läuft als Consumer Discretionary. Hier sehen wir mal die Entwicklung gestern an den Märkten. Dow Jones war positiv, S&P mehr oder weniger kaum verändert. Nasdaq, Tech-Werte waren schwach und wenn wir unten jetzt mal gucken auf das, was an Sektoren gut gelaufen ist, dann sehen wir Real Estate, Consumer Staples, defensiv, beides. Dann Healthcare und Utilities, also gestern waren defensive Dinge gefragt. Consumer Discretionary dagegen, zweitschlechtester Bereich nach Communication Services. Communication Services hier massiv unter Druck, weil Netflix eben in diesem Bereich Communication Services fällt. Schauen wir uns mal, wenn wir uns jetzt mal die Märkte anschauen, etwa seit der Monatsanfang, also seit April, Month to Day, dann sehen wir, dass die Dickfische ein Problem haben. Wir sehen, dass selbst eine Apple 4% gefallen ist, eine Microsoft fast 7%, eine Alphabet fast 8%, Amazon gute 5%, auch Tesla unter Druck, Meta 9%, Nvidia minus 21%. Das heißt, die 8 größten Aktien, die auch in dem Russell 1000 Index versammelt sind, die haben durchschnittlich etwa 8% seit Monatsanfang verloren, während die anderen Aktien, der Rest der Aktien nur 0,08% verloren hat. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen minus 8% und minus 0,08%. Das zeigt, dass sich hier offenkundig etwas verändert hat. In der Zeit der Deflation, der Globalisierung waren es die Taktikfische, die hier die großartige Performance geliefert haben. Jetzt in einem inflationären Umfeld möglicherweise nicht mehr. Das scheint sich hier ein bisschen anzudeuten. Und vor allem, wenn wir uns jetzt mal die Relation zwischen dem Nasdaq und dem Dow Jones anschauen, also wie verhält sich Nasdaq in der Performance zum Dow Jones? Dann sind wir kürzlich genau an der Marke, bei der Relation dieser beiden Indizes gescheitert und nach unten abgeprallt, wie damals eben auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Also die Dinge wiederholen sich. Der Mensch lernt nicht zwingend aus seinen Verrücktheiten, sondern macht dasselbe immer wieder in der Hoffnung, das Resultat wäre ein anderes. Und jetzt kommen wir mal zu Tesla. Da gab es nämlich wunderbare Fiktion gestern, eine Freakshow, die wir von Elon Musk und Konsorten wieder gehört haben. Wir sehen OPEX-Increase, 15% angeblich zum Revenue-Growth beigetragen. Wunderbare Zahlen, Earnings per Share deutlich höher als erwartet. Jura, Revenue ein bisschen höher als erwartet, aber vor allem Gewinn pro Aktie. Also Tesla hat offenkundig eine richtig, richtig gute Marge erzielt, oder? Naja, gucken wir mal, wie die Dinge sich vielleicht hier verhalten. Erstens mal war ja Elon Musk gestern in diesem Conference Call mit dabei. Und man hat jede Antwort, letztendlich ist man schuldig geblieben, wie sich eigentlich die steigenden Raw Material Costs auswirken. Also praktisch die Preise für Rohstoffe, die Tesla benötigte. Dann gibt es hier ein paar Leute, die sich mal hinter die Kulissen da begeben und mal gucken, was da eigentlich abläuft. Etwa mit diesem Bereich Services and Other, wie da Tesla vorgeht, will ich Ihnen jetzt die Einzelheiten ersparen. Jedenfalls, das ist doch eigentlich das Interessante. Tesla hat im letzten Quartal, also im abgelaufenen ersten Quartal, genauso viele Autos um und bei ausgeliefert wie im Quartal davor, wie also im vierten Quartal 2021. 2021, jetzt hat man offenkundig eine Marge von 17,7% und man sagt, dass die Netto-Profite 50% gestiegen sind zum Vorquartal. Also, wir fassen zusammen, Tesla verkauft genauso viele Autos, aber die Marge ist um 50% gestiegen zum Vorquartal. Net Slash, das ist ja eine richtig gute Leistung. Jetzt hat man dann auch gesagt, also fast die Hälfte der Autos, die wir produziert haben im ersten Quartal, sind mit Lithium-Iron-Phosphat-Batterien versehen und enthalten kein Nickel oder Kobalt. Nickel, Kobalt, das vor allem Nickel, Kobalt ist, oder vor allem Nickel wird ja sehr stark in Russland produziert. Da gibt es derzeit ja massive Probleme, an Nickel zu kommen. Also ist Tesla ausgewichen an Lithium. Jetzt gucken wir uns mal die Preisentwicklung für Lithium an. Dann sehen wir, wer das durch die Decke schießt, hat sich dann nach dem massiven Anstieg vor allem, der dann auch nochmal entstanden ist durch den Ukraine-Krieg, jetzt so ein bisschen stabilisiert. Aber die Preise für Lithium haben sich um und bei innerhalb eines halben Jahres etwa vervierfacht. Das heißt, wenn Tesla etwa die Hälfte seiner Fahrzeuge mit Lithium-Produkten oder mit Lithium-Eisenphosphaten dann versieht, dann müssen auch massiv die Kosten gestiegen sein für Tesla. Gleichzeitig sind aber die Margen um 50% gestiegen, während gleichzeitig die Kosten massiv nach oben gegangen sind. Jetzt hat man gesagt, ja, okay, fast die Hälfte haben wir mit Lithium-Batterien, Eisenphosphat, nicht wahr? Sie wissen schon, was ich meine gemacht habe. Und die andere Hälfte eben offenkundig dann doch Nickel und Kobalt. Hier schauen wir uns mal die Preise für Nickel und Kobalt an. Hier sehen wir Nickel mit Invasion der Russen von 25.000 Dollar pro Tonne auf fast 50.000 gestiegen, dann wieder etwas runtergekommen, aber nach wie vor signifikant über dem Preis, der vor der Ukraine-Invasion der Fall war. Und schon vor der Invasion ist der Preis für Nickel deutlich gestiegen. Unten sehen wir den Kobalt-Preis, auch massiv gestiegen, auch jetzt locker eine Verdoppelung seit dem Herbst der letzten Jahres. Also Tesla muss offenkundig die Rohstoffe, die Dinge, die für die Batterie, und das ist ja das Hauptkostenthema auch für den Autohersteller oder für den Hersteller solcher E-Fahrzeuge, da hat man massiv gestiegene Kosten, setzt genauso viele Autos ab, aber hatte das dennoch eine wunderbare Marge. Irgendwas stimmt da nicht nach meiner Auffassung. Und ja, Tesla hat die Preise erhöht. Das letzte Mal zum Beispiel, glaube ich, jetzt am 15. März, noch mal eine deutliche Preiserhöhung, aber insgesamt hat Tesla die Preise nicht um 50% erhöht. Hier hat sich Elon Musk gestern dazu geäußert. In manchen Fällen sehen wir, dass unsere Zulieferer 20 bis 30% mehr verlangen für Teile. Im Vergleich zum Vorjahr sagt er hier, da ist also viel Kostendruck da. Das ist der Grund, warum wir unsere Preise angehoben haben und bla bla. Wir wissen, dass die Leute also wie wild unsere Autos bestellen. Dementsprechend können wir das machen. Also er hat hier schon auf diesen Kostendruck sich ein bisschen eingelassen, aber wundersamerweise hat er also diesen Kostendruck und hat dennoch diese traumhafte Marge. Tesla hat zum Beispiel Autos, die vorher 39.000 Dollar, die kleinste Variante, auf 49.000 Dollar erhöht. Also man hat vielleicht um 20 bis 25 bis 30% die Preise erhöht, aber eben nicht um 50%, wie die Marge eigentlich ausweisen würde. Also irgendwas ist da nicht ganz koscher bei der ganzen Geschichte. Und zumindest könnte man die Frage stellen, wem nützt es? Natürlich Elon Musk persönlich selber. Der hat nämlich jetzt mit Vorlage der Zahlen wieder bestimmte Ziele erreicht, die in seinem Vertrag mit Tesla verankert sind. Er hat ja kein festes Gehalt, sondern ist sozusagen an bestimmte Ziele gebunden, bekommt dann Geld und natürlich als Hauptaktionär des Unternehmens sowieso an Kursanstiegen dabei. Jedenfalls bekommt er jetzt, nachdem er drei Quartale seine Zahlen, böse Zungsagen, zurecht gebogen hat, nochmal 23 Milliarden Dollar. Dafür kann er dann fast schon die Hälfte von Twitter kaufen, könnte man sagen. Also irgendwie ein bisschen unkuscher hat, im Mindesten eingeschmecklet diese Zahlen. Man sollte zumindest mal hinterfragen, ob das alles wirklich so stimmen kann, was uns hier präsentiert wird. Hier mal die Aktie von Tesla. Wir sehen gestern ja gefallen fast 5% dann jetzt nachbörslich etwa dahin gekommen, wo man am Start des gestrigen Handelstags war. Hier mal unten das größere Bild der Tesla-Aktie. Ist das jetzt eine bullische Flag, die sich dann nach oben auslöst oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Kurzfristig ist bei Tesla sowieso alles möglich. Zumal, wenn es sich um Elon Musk und seine Künste handelt. Jetzt kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich diesen Inflationsdruck. Bastic, Chef der San Francisco Fed, hat ja den Märkten so ein bisschen Hoffnung gemacht, als er sagte, naja, der IWF, der senkt die Wachstumsprognosen. Da müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir die Zinsen nicht zu stark anheben. So 2,5% könnte das Ziel sein. Dann haben wir eine neutrale Rate. Die Märkte waren erstmal total amused. Also haben sie sich gefreut, weil sie sich gesagt haben, ah, die Fett wird die Zinsen nicht ganz so stark anheben. Jetzt hat sich Daily geäußert, eigentlich ein sehr dobbisches Mitglied. Die hat gesagt, also wir haben jetzt alle Voraussetzungen erfüllt für einen 50 Basispunkte Zinsanstieg im Mai. Also das ist praktisch jetzt die klare Ansage. Es wird im Mai dann auf der nächsten Sitzung ein 0,5%-Schritt. Dann hat sie nochmal auch klar gesagt, wir werden mit der Bilanzreduzierung im Mai anfangen. Also das ist genau jetzt die Situation. Und sie sagt dann auch, dass die Economic Expansion ist self-sustaining. Also mit anderen Worten, wenn wir das tun, nämlich die Bilanz reduzieren und die Zinsen anheben, dann wird das der Wirtschaft nicht so wirklich schaden. Die wird nicht in eine Rezession fallen. Viel Glück damit, Frau Daly. Aber was hier entscheidend ist, dass ein normalerweise sehr dobbisches Mitglied hier doch vergleichsweise hawkisch spricht. Und ob das alles sich jetzt materialisiert, werden wir heute ab 17 Uhr sehen. Dann wird nämlich Jerome Paul, der Fed-Chef, eine Rede halten. Lustigerweise bei der Volker Alliance and Pan Institute for Urban Research. Das heißt, hier ist ja der Schreck der Wall Street, Paul Volker, der damals die Zinsen so massiv angehoben hat, um die Inflation zu bekämpfen. Da wird hier Paul also eine Rede halten. Und Paul, wie auch Brainard, also Fed-Chef und Fed-Vize, waren zuletzt sehr massiv hawkisch, immer wieder. Also 17 Uhr bei Finanzmarktwelt werden wir schauen, dass wir das live bringen als Live-Feed, wenn es möglich ist. Und mit Live-Kommentierung da mal unbedingt reinschauen, was der gute Mann sagen wird. Und Präsident Biden wird sich heute auch dazu äußern, zum Russlandkrieg, zum Thema Infrastruktur und zum Thema Inflation. Ich glaube 1545, also auf jeden Fall nicht zu spät. In deutscher Zeit wird das passieren. Jetzt hat Biden gesagt, ich weiß, dass Familien, vor allem Familien, viele Familien, aufgrund der höheren Preise durchaus leiden. Ich selbst bin in einer Familie aufgewachsen, in der es so war, dass wenn die Preise für Gas, also für Benzin, deutlich gestiegen sind, dann haben wir das sehr stark bemerkt. Und lass uns absolut klar sein, warum die Preise so hoch sind. Covid und Wladimir Putin, nein, die Notenbank Fed hat damit gar nichts zu tun und die Geldmenge ganz sicher nicht. Und Biden wird auch die Republikaner jetzt attackieren, indem er sagen wird, ja, ihr habt doch gar keinen Plan in Sachen Inflation. Wie wollt ihr denn die Inflation nach unten bringen? Vielleicht hat er da einen Punkt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass eben vieles dessen, was Biden vorhat und machen will, hochinflationär ist. Erstmal dieses Build Back Better Programm mit sehr vielen Umweltauflagen, die dann das Ganze noch viel teurer machen. Clean Energy, dann wird zum Beispiel Studentenschulden sollen erlassen werden, Eviction Meritoriums, also praktisch Aussetzung von Zwangsversteigerungen. Biden selbst setzt sich für mehr Gewerkschaften und für höhere Löhne ein. Auch das ist durchaus Preis steigern. Die Sanktionen sind Preis steigern, die Zölle sind Preis steigern und natürlich das Free Money, das durch die FED gegeben wird. Das aber jetzt enden soll. Biden hat Paul klar gesagt, bringen wir die Inflation nach unten. Und da bin ich mal gespannt, was da heute passieren wird. Wenn wir jetzt nochmal zum Ukraine-Krieg zurückkommen und zu diesen Rohstoffen und Lieferengpässen, Materialmangel, inflationäres Jahrzehnt, wer ist denn da am stärksten betroffen? Da gibt es eine Analyse von Bloomberg Analytics und Nummer 1 ist Türkei, Nummer 2 ist Ägypten, dann Vietnam, dann die Philippinen, dann Polen, also das sind diejenigen, die am stärksten gefährdet sind, eben durch Anstiege für Lebensmittel, Anstiege für Energie und Anstiege vor allem auch der Zinsen durch die FED. Das sind sozusagen hier die Vulnerablen, da werden wir heute was dazu machen. Und abschließend noch ein Hinweis auf China. Da hat man nämlich so viel Stahl aus Russland importiert, wie schon lange nicht mehr. Doppelte Menge im Vergleich zu dem Vormonat, jetzt im März, also das wird von den Chinesen gekauft. Xi Jinping hat sich nochmal geäußert, indirekt, indem er gesagt hat, also Länder von der Supply Chain, von den Lieferketten abzuschneiden, das durch andere Länder, das wird nicht funktionieren. Das ist eine Kritik an den Sanktionen des Westens gegen Russland, ohne dass er Russland persönlich erwähnt. Allerdings macht ja China genau das, zum Beispiel mit Australien, wo man keine australische Kohle faktisch kauft, keinen australischen Wein mehr faktisch kauft, etc. Und wie gehen wir mit der Inflation um? Der Belgier Wunsch hat jetzt gesagt, ja, wir könnten das Jahr beenden mit positiven Zinsen. Was? Positive Zinsen? Und das kaum hast du eine Inflation von 8% schon. Wollen die die Zinsen von 0 auf 0,25% anheben? Krass! Also da wird richtig scharf geschossen. Im Übrigen bin ich der Meinung, wir sollten die EZB abschaffen. Vielleicht wissen Sie das und will nochmal verweisen auf zwei Artikel. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit Gold? Ist ja bis 2000 gestiegen, dann wieder deutlich zurückgekommen. Gibt es jetzt eine neue Kaufchance? Erster Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Und zweitens, die Frage Stromversorgung sicher, auch ohne Russland Gas und Atomstrom. Da hat das DIW und der Marcel Fratscher wieder sehr, sehr gute Nachrichten. Das ist der zweite Artikel, den ich Ihnen anempfehle. Also, und schauen Sie mal rein, ab 17 Uhr bei Finanzmarktwelt. Der Weg in Schirumi, Paul. Ich sage Servus und Ciao.